Mein Name ist Erhard Franz. Ich komme aus Ellwanger. Wir haben einen Schafhof. Wir machen hauptsächlich Schafskäse und vermarktet unser Landfleisch alles selber. Bei uns können sie direkt einkaufen oder auf die Wochenmärkte. Wir sind in Ellwanger auf dem Bauernmarkt und wenn es wieder normal läuft, dann sind wir auch auf die Schäferbergte wieder unterwegs im ganzen Ländlichen. Herzlichen Dank.